So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, in der letzten Folge war ja ein bisschen schnell zu Ende, weil ich angerufen wurde. Und ja, jetzt spielen wir mal wieder. Ich habe auch mal das Visier geändert, also von der hier, also wieder zurück aufs Normale. Oder habe ich das? Denke ich schon. Ich hoffe mal, weil ich will die wieder benutzen. Und ja. Nee, die will ich nicht. Hallo. Hier. Danke. Nein. Ja, hat sich geändert. Okay. Wo kommt der hier? Na super. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ach, die Drohne. Oh, ich habe es vergessen. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ich habe es vergessen. Was verändern? Ich habe jetzt ja nur eine Drohne als Abschlussserie. Das ist blöd. Oh, richtig scheiße. Ach, komm. Hier habe ich keine. Nee, habe ich nicht. Nein. Was? Mit der Pistole? Ist der besser als ich mit der... Naja. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Erledigt. Ach, komm. Achtung, feindlicher Blitzschlag. Ach, jetzt komm. Abschluss verwirrt. Abschluss verwirrt. Aha, super. Wow. Nee, der ist nicht geschützt. Ich habe es... Einer hat es da gesehen. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Abschluss verwehrt. Soll ich jetzt hier ran? Nein, laufe Mausen rum. Wie kommt der von da? Ja. Wie viele Schüsse brauche ich? Abschluss bestätigt. Verbündete Drohne nähert sich. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Boah, Ratsu gewonnen. Feindliche Drohne nähert sich. So, hier. Steht denn der Schütz? Mann. Wie viele Schütze haben die denn noch? Sind alle Seiten zu, oder wie? Na los, na los! Abschluss verwehrt. Ja, super ey. Ich bin schon verarscht. Das ist auch ein Geschütz, ja. Abschluss verwehrt. Abschluss verwehrt. Natürlich, natürlich. Das Geschütz macht alles platt. Ey, wir sind voll abgegrenzt jetzt. Es ist nur noch eine Seite frei. Auf die Beine! Wenn die jetzt hier auch noch einen Geschütz hingestellt haben. Das machen schneller. Ziel ausgeschaltet. Abschluss bestätigt. So, hier. Ja! Hannah. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Abschluss bestätigt. Drohne nähert sich. Verschrottet hier. So, weg ist er. Auf die Beine! Null, jetzt ne? Jetzt haben wir auf die Achse Seite auch noch einen Geschützer haben. Nein, nein, nein. Warum treffe ich nicht? Nein, ich habe genauso viel draufgeschickt. Ähm. Ja. Genau. Genau. Man kann hier überhaupt nicht reagieren. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ja, genau. Jetzt verschwindet das auch noch. Abschluss verwehrt. Ja, du auf die Beine! Wieso treffe ich nicht? Sag mir das mal bitte, einer. Abboten und... Ich meine... Ich habe eigentlich voll getroffen. Das ist ja das komische. Abschluss verwehrt. Ach, Mann, ey. Abschluss verwehrt. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Ja, diese Geschütze, die nerven doch voll, oder? Oh. Jetzt lag ich schon im Boden. Oh. Abschluss verwehrt. Auf die Beine! Das wird nichts. Los doch! Abschluss verwehrt. Abschluss bestätigt. Ja, um die Ecke schießen. Toll. Abschluss verwehrt. Feindliche Vorräte unterwegs. Feindliche Vorräte unterwegs. Ey, wo habe ich denn bitte jetzt einen Abschluss verwehrt? Immer bevor ich diese eine Marke aufgenommen habe. Auf den Zeitplan achten. Jetzt sterbt der nicht. Ey, das nervt doch. Guck, jetzt habe ich noch voll auf ihn getraufgezogen. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Feindliche Drohne nähert sich. Das war's. Das hat unserem Ruf geschadet. Ey, ich höre immer schlechter, oder? Oh, jetzt, jetzt wieder. Ich nehme jetzt einfach wieder die Standard-Dinger, die ich... So, wie weißt du, ähm... Ich werde mir auch mal jetzt hier Visier wieder erinnern. Und zwar in... Das hier. Und hier, warte mal, kann ich hier überhaupt... Zielsucher, weiß wie manchmal ein Zielsucher drauf. Genau, dann... Okay, dann kann ich noch eine Sekundärwaffe drauf machen. Und dann ist gut. Nehme ich jetzt mal die. Äh, hallo. Wow. Schon gerade gar nichts machen, ne? Naja, ja. Aber immerhin schon Level 45. Ein Level weiter als... Ach, Mann, nein. Als vor zwei Folgen. Drei Folgen. Also mit der jetzt drei Folgen. Abschluss bestätigt. So, mal gucken, wie die so ist. Hier ist die... Ski-Komm, CQB. Ich will da draußen saubere Abschüsse sehen. Ah, ne, drei Schuss. Die ist gar nicht mal so schlecht. Wir gewinnen. Lade nach. Ist sogar sehr gut. Mist. Das ist eine Dreischusswaffe, aber... Ich streffe wenigstens. Nur... Oh, ne Sniper, ey. Fünf Schweine, während ich geduckt bin. Okay. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Hm. Vorräte unterwegs. Ich bin mit der Waffe aber sehr schnell. Aber ich streffe nicht. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Drohne nähert sich. Oh, hier ist noch eine Glasscheibe. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Oh. Gar nicht mal so schlecht. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Oh. Abschuss bestätigt. Oh. Oh, Mann. War das der überhaupt? Hä? Ich hab den doch getroffen. Naja. Da lang. Hm. Abschuss verwehrt, Abschuss verwehrt, Abschuss verwehrt, Abschuss bestätigt, hier ist niemand, da war es aber einer, Okay, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Visier drauf machen muss, Abschuss bestätigt, Äh, wo ist der hin? Wo ist der hin? Nachladen! Ja, gerade. Ich muss bestimmt noch wissen, wo die sind, ja. Drohne erwartet bestätigt. Sie zieht sich zu hoch, Mann, ist das doch... Drohne nähert sich. Aber die ist richtig schnell. Abschuss bestätigt. Also... Sechs Schüsse brauchen... Nee, mehr. Ach. Also ich muss dreimal drei Schüsse drauf schießen. Und sterben die nicht. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Aber bei... Ah, Snyder natürlich. Bei der Schussgeschwindigkeit sollte das kein Problem sein. Ah, komm! Durch die Wand schon wieder. Hä? Ah, okay. Von da unten. Abfluss besteht! Los, schnell los! Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Hellstorm-Rakete unterwegs. Ich hätte mich ducken sollen. Aber egal hier, ne? Ja! Drogen neutralisiert! Drogen neutralisiert! Drogen neutralisiert! Drogen neutralisiert und von hinten. Uff. Immer verbündete Vorräte unterwegs. Nix! Den Abschuss verwehrt. Den Abschuss bestätigt. Den heben war ich auch noch nicht. Oder war einer noch? Hm. Irgendwie dann... Doch. Der Handgreifer! Den Abschuss bestätigt. Wächst das Magazin! die macht drei schüsse aber die ist richtig schnell oder ich drücke einfach nur einmal drauf abschuss bestehen vor der waffen befehle es ging nicht aus aber getroffen rakete in bereitschaft das ja vorräte unterwegs und dann noch so ein helikopter in bereitschaft ja hier sind die mitte verbündeter helikopter unterwegs gut mache das noch ein abschock zwei stück sind da drin er ist erledigt abschuss bestätigt abschuss bestätigt erwischt abschuss bestätigt vorräte in bereitschaft schon wieder bis vorräte unterwegs man man fernlenk ladung zum einsatz bereit ausgeschaltet abschuss verwehrt abschuss bestätigt das haus auch mal wieder leer hier du schaffst das du schaffst das man 2x16 ne das geht doch ich glaube das war der hidi oder ja hunter killer drohne eingesetzt drohne nähert sich verbündete hunter killer drohne eingesetzt bellstorm rakete unterwegs die mission ist fast erfüllt nicht auf die alle weg hier ab abschuss bestätigt ich will jetzt aber nicht in dem haus bleiben hm wo sind sie da wollte ich gerade sagen aber da war ja einer genau auf den zeitplan achten ha abschüsse abschuss verwehrt man abschuss bestätigt verbündete helft und fertig deadwurst anständige ausführung gut gemacht ja natürlich ich war der letzte ok und wie schnell die schießt oder eine dreischusswaffe ich denke mal wenn man da feuerrate drauf macht dann mal die gut bestimmt guck